Liebes Tagebuch, ich weiß genau, zumindest bin ich davon überzeugt, dass alles auf der Welt mit einem besonderen Klang verbunden ist, dass alles entweder ein Tick oder ein Boom hat oder so ähnlich wie ein Tick-Boom oder ein Tick-Tick-Boom oder ein Tick-Bada-Bada-Boom oder ein Ich-bin-seltsam oder vielleicht auch nicht, ich bin nur Tick-Boom oder so. Es ist drei Wochen und mindestens 1.814.400 Ticks her, seit ich Pettina zugeschaut habe. Pettina. Pettina. T-I-N-A. T-I-N-A. Wie sie Tick-Tick-Boom von hinten angerast kam und die letzte Etappe ihrer 4x800 Staffel klargemacht hat. Das klang wie Schwumm-Swip, 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 Schwumm-Swip bis zur Zieli-Zieli-Ziellinie. Sie hat gestrahlt und die Menge ist ausgeflippt. Katscheng! Deja und Crystal und Britt-Brett sind ausgeflippt. Katscheng! Der Trainer und Whit sind ausgeflippt. Karin und Aaron und Mikey sind ausgeflippt. Katscheng! Katscheng! Ghost und Lou sind ausgeflippt. Sie haben mich beide umarmt, während Patty mit so ein paar coolen Power-Schritten auf uns zustolziert ist. Wie eine Siegerin. Sie, sie, Siegerin! Sie, Siegerin! Patty ist ne Siegerin. Okay, ich bin schon verdammt schräg. Tagebuch, du weißt, dass ich auch ein Sieger bin. Ein Winner. Was für mich öde ist. Öde-Pöde. Klingt wie Tröge. Öde-Tröge-Schnöde. Mein Rennen klingt immer, immer, immer so, als würden die Leute sich unterhalten. Als würde es keinen richtig interessieren, dass ich eine Meile, das sind 1.609 Meter, schneller renne, als sie eine Runde um den Block. So wie, tschick, 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 tschick das mal. Aber keiner schaut zu bis zur letzten Runde. Und das ist der Teil, wo ich dann gewinne. Woche um Woche. Sonny, der Sie-Sie-Sieger. Mir doch egal. Ich gebe Daryl die Medaille. Mir doch egal. Er sagt etwas über meine Mutter. Mir doch egal. Deine Mutter würde wollen, dass du dich mehr anstrengst. Was ist los mit dir? Sie würde wollen, dass du deine Form verbesserst. Mach größere Schritte. Unterbiete deine eigene Zeit. Wie oft muss ich dir noch sagen, es kommt auf die Rendite an. Was ist nur los mit dir? Je mehr du investierst, desto größer dein Ertrag. In der letzten Runde musst du deine Lungen aufmachen. Atme. Deine Mutter würde wollen, dass du atmest. Was ist nur los mit dir? Und ich denke dann sofort daran, wie sich Atmen anhört. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Dabei liegt es mir jedes Mal auf der Zungenspitze. Und dann denke ich daran, wie sich Nicht-Atmen anhört. Und irgendwann, wenn Daryl nicht aufhört, über meine Mutter zu reden, muss ich an Weinen denken. Wie ich weine. Nicht wie ich jetzt weine, aber wie ich geweint habe, als ich geboren wurde. Beziehungsweise wie ich es nicht getan habe. Zumindest am Anfang. Das erzählt Daryl mir die ganze Zeit. Da hat er absolut kein Problem mit, mir das zu erzählen, dass ich nicht geweint habe, weil ich nicht atmete. Aber meine Mutter hat geweint. Und dann fing ich an zu atmen. Und sie hörte auf.